so hallo meine lieben wir sind jetzt hierbei die Zahl ist falsch bei dem Video von Yu-Gi-Oh Rise of the Drew Dragons von dem Opening und dem Gewinnspiel so der Zufallsgenerator wird uns jetzt eine Zahl ausspucken und dann werde ich mal überprüfen wer von euch nah dran ist an dieser Zahl für den ersten Gewinner 19.310 ist die erste Zahl so derjenige der am nächsten dran ist ist Lilo Lelouch by Britannia mit 18.675 ja das ist du bist der erste Gewinner also bitte schick mir eine E-Mail mit deinen Adressen und den ganzen Angaben die ich brauche um dir das Paket mit dem zuzuschicken so dann gucken wir jetzt nach dem zweiten Gewinner 9.083 so am nächsten ist bei der Zahl 9.083 ja Handhand 23 mit 11.464 dran herzlichen Glückwunsch an die beiden ihr seid meine zwei Gewinner ich brauche eine E-Mail Adresse und äh genau ihr müsst mir eine E-Mail schicken mit den ganzen angegebenen Daten und allem drum und dran ja mit Adresse und alles gut und das wärs dann auch schon dann bedanke ich mich fürs mitmachen ich hoffe ihr habt viel Spaß viel Spaß auf meinem Kanal und dann bis zum nächsten Mal wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal wiedersehen 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 Untertitelung des ZDF, 2020